Moin moin, ich bin's wieder, euer Phil und heute möchte ich euch zeigen, wie man die Brille am besten anpasst. Ich meine, wer kennt das nicht? Brille ausgepackt, schön aufgesetzt, sieht top und bombe aus, aber leider rutscht sie immer nach vorne. Naja, dem können wir ja ganz einfach Abhilfe schaffen, indem wir die Brille anpassen. Es gibt drei Brillentypen, bei zwei funktioniert's, bei einer nicht. Ich zeige euch einmal, bei welchen es funktioniert. Das ist einmal diese Brille, die komplett aus Metall ist, also sprich der Bügel komplett aus Metall oder auch diese Kunststoffbrille oder beziehungsweise generell Kunststoffbrillen, bei denen ein Metalleinschuss drin ist. Diesen erkennst du, wenn du die einfach gegen das Licht hältst. Da kannst du sehen, da ist ein Metalleinschuss drin und dann kannst du die auch einfach biegen. Dazu holst du dir am besten eine zweite Person, stellst sie neben dich und lässt sie dir einfach mal hinter das Ohr gucken, ob du dich auch ordentlich gewaschen hast. Nein, Spaß beiseite. Der Bügel, der hier abschließt beim Ohr, da musst du rumbiegen, damit sie nachher auch wirklich hält. Das heißt, du gehst hin, fixierst dir diesen Punkt, nimmst deinen Daumen und biegst das Ganze ganz vorsichtig über die Kante deines Daumens rum und schon hast du einen angepassten Bügel. Wenn die Brille jetzt ein bisschen verbogen ist oder du dich einmal draufgesetzt hast und dadurch irgendwie die Bügel einmal so stehen, kann man das im Grunde ganz einfach bei der Metallbrille wieder richten, indem man das entgegengesetzt gegenrichtet. Es gibt leider einen Brillentyp, bei dem funktioniert das nicht. Das sind die Brillen, die komplett aus Kunststoff sind und überhaupt keinen Einschub hier haben. Da kannst du nichts dran biegen. Wenn du das machst, dann machst du die eher kaputt und musst dir leider schon wieder eine neue Brille kaufen. Wollen wir alle nicht. Glaub mir, egal was du versuchst, keine Haushaltsmittel helfen. Ob Föhn oder Mikrowelle oder Gewasserkocher, Geschirrspüler, nichts. Noch nicht mal der Wok, auch der hilft nicht, wenn du die so reinlegst. Die wird nicht enger. Habe ich alles erlebt. Danach kannst du die Brille leider wegschmeißen. Halte dich an meinen Tipp, was du machen kannst und was nicht. Alles weitere sehen wir das nächste Mal. Bis dann, euer FIT.